Wir gehen gemeinsam singen, Hände nach oben, Klatschen nicht vergessen, Springen, Hüpfen, singen. Hier ist euer Olaf Henning. Wie sieht es denn aus, wenn ihr euch zum Beispiel trefft bei einem Candlelight Dinner, ihr macht eine Familienparty zu viert, zu fünft oder zu sechst, ich weiß nicht, wie groß ihr seid, aber ihr habt die Möglichkeit, unter dieser hier angegebenen Homepage von mir ein Streaming-Konzert zu buchen mit den besten perfekten technischen Voraussetzungen, die es gibt. Bucht euren Olaf, wünscht euch aus 20 Jahren Karriere irgendein Lied, was 20 Jahre alt ist oder auch neuer ist. Also, euer Streaming-Konzert, ich komme zu euch nach Hause. Wenn schon nicht auf einer großen Bühne mit 20.000 Leuten, dann komme ich zu euch, gestreamt für 2, 5, 6, 7 oder 8 Leute. Also, vielleicht sieht man sich. Bis bald. Tschüss, euer Olaf. Und noch mal singen. Tschüss. Und mein Büro wird sich umgehend mit euch in Verbindung setzen, damit ich vielleicht bei euch beim Candlelight Dinner gestreamt singen kann. Bis bald. Tschüss, euer Olaf.